Für den 29. November suchen wir wieder eine schöne Buchstabe. Das bekommen wir für heute. Wir haben D wie Deutung. Was für eine Deutung gibst du den Dingen in deinem Leben? Wie deutest du, wenn das Universum dir Botschaften schickt? Wie deutest du es, wenn du zum Beispiel auf genau einer ganz bestimmten Uhrzeit auf die Uhr schaust? Oder wenn du zur Bushaltestelle kommst und der Bus kommt wirklich exakt gleichzeitig mit dir zur Haltestelle? Wie beurteilst du diese kleinen Dinge? Welche Deutung gibst du diesen Dingen? Hat das für dich überhaupt eine Bedeutung oder gar keine? Ist das für dich alles reiner Zufall? Denk mal heute nach darüber, wie du die Zeichen des Universums deutest. Ich wünsche dir ein schönes Dagerl und bis bald. Tschüss!